Viele Menschen möchten es tun, dem Plastikwahn entgehen und bewusst weniger Müll produzieren. Bei der Umsetzung tun sich viele jedoch schwer. Bei Kosmetik- und Pflegeprodukten stellt die Vermeidung von Plastik beispielsweise eine echte Herausforderung dar. Viele dieser Produkte lassen sich jedoch ganz einfach selbst herstellen. So vermeiden sie nicht nur die Plastikverpackungen, sondern auch die chemischen Zusatzstoffe. Wir haben das mal bei Zahnpasta ausprobiert. Das Rezept ist ganz einfach. Nehmen Sie einen Teelöffel Backnatron und einen Tropfen Pfefferminz oder ätherisches Zitronenöl. Dann mischen Sie noch einige Tropfen Wasser bei und verrühren die Zutaten, bis eine richtige Paste daraus entsteht. Mit diesem geringen Aufwand können Sie nun locker dreimal Ihre Zähne putzen. Ohne Plastik und ohne chemische Zusatzstoffe.